So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go und eigentlich habe ich für heute schon eine Folge rausgehauen und wollte mich jetzt um was anderes kümmern, aber ich habe gerade mal die ganzen Kommentare wieder mal durchgecheckt, ich habe seit dem Geburtstag war ich etwas nachlässig, das sind noch einige offene, die ich noch nicht gelesen habe, ihr wisst ja immer, wenn ich einen Kommentar gelesen habe, mache ich da ein Herzchen dran. Egal ob der Kommentar positiv oder negativ ist, ich mache ein Herzchen dran, um zu zeigen, dass ich den gesehen habe, wenn kein Herz dran ist, dann habe ich den wahrscheinlich nicht gesehen. Jetzt scrolle ich da immer durch, die ganzen Sachen hier, ihr seht hier unten, da fehlen noch etliche, die habe ich noch nicht gelesen, wenn ihr nach oben geht, habe ich alle gelesen, bei mir selbst mache ich natürlich nichts dran. Jetzt ist mir ein Kommentar aufgefallen vom Markus Steffen Hahnemann vor einer Woche, das war bei der Shiny Super Spotlight Stunde, ihr seht, ich liege halt wirklich eine Woche im Verzug, aber ich habe ja gesagt, ich versuche mir immer alles durchzulesen und anzugucken. Und er hat geschrieben, schönen Dank auch, man liegt einen Tag im Krankenhaus und wird von der Freundschaftsliste gefeuert, wie kann man so EP geil sein, Ehrenmann, dass ich nicht lache. Also ihr seht schon, was Sache ist, Ramses ist richtig ehrenlos, weil er nur auf die EP geiert und die Menschen wie Vieh behandelt. Anders könnte man sagen, warum dreht Markus denn so frei? Es ist doch nur ein Spiel. Ich kann mir doch theoretisch aussuchen, wie ich das Spiel spiele oder ob ich jetzt auf EP gehe oder ob ich auf möglichst viele Freunde gehe und wie soll man das trotzdem aber machen? Man wird nie alle zufriedenstellen können. Die, die mich kennen und verfolgen, die wissen, dass ich eigentlich immer die 199 voll habe, dass ich den einen, den 200. Platz frei lasse, dass neue Anfragen kommen können und die sich dann oben stapeln. Aber jedes Mal steht da 50 neue Anfragen, 60 neue Anfragen, 80 neue Anfragen, letztens wieder 96 neue Anfragen. Die stehen ungefähr eine Woche dort. Nach einer Woche werden die Ältesten dann automatisch gelöscht und dann steht plötzlich nur noch 80, 70, 60 und bis ich mal inaktive raussortieren kann, vergeht eben Zeit. Jeder möchte rein. Ich würde gerne jeden annehmen. Ich würde gerne mit jedem interagieren. Dann gibt es aber eben auch die Leute, die adden mit ihrem Main-Account, die adden mit dem zweiten Account, dritten Account, vierten Account. Dann sind die drin, spielen aber effektiv nur auf dem Main-Account und die anderen drei liegen in der Freundschaftsliste und da passiert gar nichts. Ich kann das ja nicht nachvollziehen. Ich gucke dann einfach, wenn ich reingehe und ich kann den Leuten ein Geschenk schicken, ist alles prächtig. Wenn ich reingehe und ich kann denen kein Geschenk schicken, weil die noch nicht aufgemacht haben, dann öffne ich das Geschenk von denen. Ich mache die Geschenke schon extra immer abends, nach 23 Uhr. Versuche da wirklich jedem eins zu schicken, das geht meistens auch relativ gut. Und wer wirklich mal den Tag nichts machen konnte, also kein Geschenk von mir geöffnet hat vom Vortag, dann öffne ich das von demjenigen. Wenn ich von demjenigen öffne, am nächsten Tag er kein Neues geschickt hat und meins immer noch nicht geöffnet hat, dann heißt das ja, dass er schon mindestens eigentlich zwei Tage nicht gespielt hat. Ich kenne die Gründe doch natürlich nicht, warum derjenige zwei Tage nicht spielt. Gerade zu besonderen Ereignissen wie Community Day, wo man denkt, dass da jeder spielt. Gerade auch, wenn das am Wochenende ist, wo die Leute meistens auch nicht arbeiten. Bestimmte schon, ich weiß, man muss hier jeden Einzelfall betrachten. Es gibt aber eben auch die Leute, die halt zocken und dann einfach das Interesse dran verlieren. Und dann nicht mehr so aktiv zocken. Es gibt die Leute, die aktiv sind, jeden Tag spielen und dann gibt es die Leute, die machen einmal in der Woche die App an und denen ist das eh scheißegal. Für die ist das jetzt nicht schlimm, wenn die nicht mehr in der Liste sind. Denen fällt das auch gar nicht auf. Es trifft mich sehr, wenn ich dann aber so einen Kommentar natürlich lese. Da liegt man einen Tag im Krankenhaus. Warum nur einen Tag, ich weiß es nicht. Gute Besserung an Markus auf jeden Fall. Wie kann man so EP-geil sein, Ehrenmann, dass ich nicht lache. Ich habe ihm dazu natürlich einen Kommentar geschrieben. Ich rechtfertige mich ja immer bei jedem Mist. Ich kann nicht hell sehen, wer aktiv spielt und wer nur nebenbei spielt. Oder wer gar nicht mehr spielt oder wer im Krankenhaus liegt. Jeder will rein, viele stehen Schlange, was einen immer etwas unter Druck setzt. Das kannst du vielleicht nicht nachvollziehen von außen und sofort ist man das große Arschloch. Ich habe damals immer mit allen gewartet und bis beste Freunde gelevelt und viele waren traurig, dass sie nicht mal die Chance hatten, in die Liste reinzukommen. Wenn es mir nur um die EP ginge, würde ich gar nicht mit allen versuchen, auf beste Freunde zu gehen. Dann würde ich ab Stufe 3 direkt löschen und mit den ganzen offenen Anfragen wieder auf 3 gehen. Das ist für die EP effektiver und geht fixer. Das ist ja wirklich so. Wenn ihr seht, ihr braucht 30 Tage bis Stufe 3, aber von Stufe 3 bis 4 nochmal 60 Tage. Bevor ich jetzt von Stufe 3 auf Stufe 4 gehe, nur um dann den Bonus mitzunehmen, könnte ich in dieser Zeit die doppelte Anzahl von neuen Freunden wieder auf Stufe 3 pressen. So kann ich mit viel mehr Leuten interagieren, viel mehr Leute können rein, ab Stufe 3 raus, die nächsten rein, bis Stufe 3 raus. Aber dann würden sich die Leute auch wieder beschweren und sagen, boah, wie kann man nur so EP geil sein, deswegen wer wirklich aktiv ist und in einem Durchgang dann auch Stufe 4 erreicht, der auch aktiv in den Streams ist, aktiv bei YouTube da was schreibt, wo man schon ungefähr weiß, wer die Person ist, dass im Notfall, wenn man Glücksfreunde wird, auch mal tauschen kann oder jetzt sich auch gegenseitig mal einlädt oder irgendwas. Dann sind mir doch die EP nicht so wichtig, wenn der beste Best Friend ist, dann bringt der mir in dem Sinne keine EP mehr. Trotzdem lasse ich den drin, weil irgendwo eine Bindung da ist. Man kann natürlich nicht zu jedem, wir sind jetzt bei fast 2200 Abonnenten, man kann nicht 2200 Bindungen aufbauen und die aufrechterhalten. Viele gucken nur sparodisch mal rein, manche sind jeden Tag da, die werden da irgendwo natürlich trotzdem bevorzugt, dass man, wenn die mal einen Tag nicht annehmen, nicht direkt löscht, weil man weiß vielleicht auch die Umstände, die haben sich vielleicht auch bei dir gemeldet und haben gesagt, yo, ich bin jetzt zwei Tage im Urlaub, das Internet ist so mies, ich kann erst ab morgen wieder. Ist ja alles kein Problem. Aus dem Nichts kann man eben nie wissen, was steckt dahinter. Trotzdem ziehe ich mit Aktiven durch bis zum Ende, vernetze mich auch, wenn ich mittlerweile mehr beste Freunde in der Liste habe, als Leute, die EP bringen. Es kam auch vor, dass ich Glücksfreunde bekam und die sich dann nie meldeten und der Platz dadurch auch verschwendet war. Also nichts Persönliches, am Ende ist es einfach nur ein Spiel. Es gibt auch viele, die mal verhindert sind und sich beim Ausscheiden melden und wieder mit reingenommen werden, wenn man nachfragt. Das ist ja eigentlich auch eine Möglichkeit, das klang zwar jetzt voll komisch, aber wenn ich mal jemanden lösche, wirklich, und der verhindert war und der mir dann wieder schreibt und sagt, yo, Ramses, oh, du hast mich gelöscht, habe ich gesehen, sorry, war verhindert. Wenn ich den Namen kenne, wenn ich weiß, ach hier, wir waren schon beste Freunde und sonst was, dann sage ich, schick einfach nochmal Anfrage. Wenn ich das nächste Mal aussortiere, nehme ich dich bevorzugt wieder mit rein. Dann sage ich doch nicht, hast du Pech, tschüss, das war's. Ludinho hat jetzt die Erfahrung aber gemacht, der ist, glaube ich, schon zum zweiten Mal rausgeflogen. Ich weiß nicht, was bei ihm immer los ist, er ist schon zum zweiten Mal rausgeflogen und hat jetzt auch wieder geschickt. Jetzt momentan sind aber fast alle wirklich aktiv, die drin sind, gerade durch die Fanrates, denke ich mal, geben da viele Gas. So finde ich kaum Platz, selbst ihn jetzt mit reinzunehmen. Jetzt wird er der Nächste sein, der schreibt, wie kann man so EP-geil sein? Ehrenmann, dass ich nicht lache, aber es hat alles seinen Grund. Ich weiß, ihr seht nur eure Seite und denkt voll das Arsch und ich denke nur, Bruder, beruhigt euch doch. Das Arsch und so, also, ja. Nur mal so ein kleiner Blick hinter die Kulissen und wo wir gerade bei dem Thema noch sind. Ähm, das neue Fanrate-Feature. Viele fragen immer und schreiben irgendwo Kommentare, yo, kannst du mich auch mal zu dem Fanrate einladen oder irgendwas? Ich möchte es eigentlich nicht, dass ihr mich einladet, weil, wie gesagt, ich versuche immer mit meinen ganzen Accounts die freien Pässe wegzumachen und das kann ich ja nur hier vor Ort. Wenn ich da mit sechs Handys am Raid stehe, kann ich das hier vor Ort. Dann wechsle ich auf die nächsten sechs Accounts, mache das hier vor Ort und die nächsten sechs macht das vor Ort. Ich versuche momentan immer drei Raids täglich zu machen. Immer mit dem Großen und die anderen fünf eben bei den Kleinen durchwechseln. Das heißt, ihr habt dreimal die Möglichkeit am Tag von mir eingeladen zu werden zu einem Raid. Wenn ihr in meiner Freundschaftsliste seid, wenn nicht, müsst ihr sehen, dass ihr reinkommt oder so oder dass wirklich Leute ich mal gezielt hätte für einen Raid, um die einzuladen, dass die den aktuellen Raid-Boss bekommen, wenn sie den noch gar nicht haben. Der Luca ist zum Beispiel sehr aktiv, der ist bei fast jedem Raid dabei und wird eingeladen. Aber Luca hat auch schon gesagt, er steckt zurück. Wenn jemand das braucht, dann hält er sich raus, dann soll ich denjenigen einladen. Und für alle, die Interesse haben, eben zusammen zu raiden, muss ich mal gucken, ich muss das euch nochmal zeigen, ich muss das euch nochmal ans Herz legen. Fragt nicht, wie ihr eingeladen werden könnt, schaut einfach mal in die Beschreibung. Ich weise euch jetzt nochmal drauf hin, unter jedem Video, das ist das aktuelle Video, was ich vorhin hochgeladen habe, gibt es hier mehr Anzeigen. Da fährt sich die Beschreibung der Videos aus und hier steht nicht nur mein Freundschaftscode, der oft gefragt wird, hier steht auch die Telegram-Fangruppe, die Drago Knight und der Marcel Dose eingerichtet haben. Wenn ihr Telegram habt oder wenn nicht, legt es euch mal zu. Ist eigentlich eine coole Sache, so wie im Livestream der Chat da ist und die Leute untereinander auch mal miteinander quatschen oder sich Fragen beantworten, so könnt ihr diese Telegram-Gruppe dazu auch nutzen. Ist nicht bei WhatsApp, weil WhatsApp umfasst nur 250 Mitglieder. Hier passen mehr rein, sind aber noch nicht mal 250 drin. Das hat noch nicht viele Leute erreicht. Müssen aber jetzt auch nicht unbedingt 2000 in der Gruppe sein. Denn je gemütlicher die Runde, desto familiärer wirkt das alles. Ihr könnt aber bei Bedarf trotzdem mal hier in diese Ramses-Fangruppe rein bei Telegram. Da könnt ihr eben auch eure Fänge zeigen, könnt gegenseitig angeben, wer hat das größte Pokémon. Coole Sachen, ihr könnt Fragen stellen, ihr könnt euch Tipps abholen, ihr könnt gegenseitig Spaß haben. Und zusätzlich haben wir eben hier noch diese Ramses-Raid-Gruppe gegründet. Und alle, die in der Fangruppe sind, sollten auch in die Raid-Gruppe kommen. Denn es heißt ja nicht nur, dass ihr mit mir raiden könnt oder müsst. Ihr könnt ja auch gegenseitig euch einladen. Wenn jemand von euch Bock hat auf einen Raid und da ist ein Raid in der Nähe und ihr postet den da rein, habt ihr ja die Möglichkeit, die anderen Leute in der Gruppe da auch einzuladen für den Raid und sich gegenseitig zu helfen. Bis jetzt klappt das eigentlich recht gut, muss ich sagen. Ich poste meine drei Raids da rein. Es war bisher noch kein Raid dabei, wo ich alleine raiden musste. Ich habe immer so drei, vier, fünf Leute, die ich dann einlade. Die sich auch mal abwechseln, mal ist der dabei, mal der. Manchmal sind neue dabei, die ich dann nicht einladen kann, weil ich gerade keinen Platz habe auf der Liste. Wo dann aber ein anderer sagt, yo, ich edite dich und lade dich bei mir mit ein. So ist demjenigen ja auch geholfen. Es muss also nicht alles von mir abhängen. Ihr könnt euch auch von den anderen Zuschauern helfen lassen. Ihr könnt gegenseitig euch einladen. Ihr könnt gemeinsam raiden. Ihr könnt euch da vernetzen. Finde ich also eine gute Sache. Deswegen seid nicht so gehässig mit Kommentaren. Wenn irgendwas mal nicht passt, dann fragt nach oder schaut nochmal oder seht, dass ich auch nur ein Mensch bin und ich kann mich nicht zerteilen. Ansonsten checkt die Telegram-Fangruppe aus. Checkt die Telegram-Raid-Gruppe aus. Das steht wirklich unter jedem Video. Selbst jetzt unter diesem Video, was ihr gerade jetzt anguckt, steht das in der Beschreibung. Stehen die Links dabei. Trainercode, die zwei Links, auch die Social-Network-Sachen. Es steht alles dabei. Checkt die Beschreibung aus. Kommt in die Telegram-Gruppen und dann habt eine gute Zeit. Das war es von meiner Seite aus. Ich habe gesehen, ich soll noch ein Video machen zur Vorbereitung auf das Go-Face. Hat jemand gefragt. Ich weiß nicht, ob ich das heute... Vielleicht mache ich das auch morgen. Sonst haben wir heute drei Videos und morgen eins. So haben wir zwei, zwei. Würde vielleicht besser passen. Ist auch ein Zuschauerwunsch. Kann ich nochmal machen. Machen wir dann aber morgen, einen Tag davor. Also, das war es erstmal von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses. Achso, ich muss ja hier auch noch Stop drücken. Bis dahin. Ehe. Okay.